Hallo, ich bin Sonja, das ist Inga und das ist Jessica. Gemeinsam machen wir heute Abend bei der Playback Show mit. Wir sind die Sekretärinnen zur Ausbildung. Gemeinsam haben wir jetzt schon eine ganze Zeit lang verbracht und heute am letzten Abend wollen wir gemeinsam mit euch nochmal richtig die Bude rocken. Okay, auf geht's auf die Bühne. Wir sehen uns gleich in live und in extra cooler Stimmung. Und jetzt Applaus, Applaus, Applaus!